ja leute ich habe gerade einen zombie getötet das hier das ist das ist kalle kohl oder aka jacks reaper oh ja komm lass uns gangbang im bett haben oh baby hörst du wie das bett federt gar nicht das federt sehr gut wir müssen sich mal einen neuen lattenrost ankaufen das ding gefällt mir gerade auf wenn man das so sieht das hat wahrscheinlich nicht mal eins das ist wahrscheinlich einfach nur so ein paar holzbrett aneinander genagelt und fertig ich helfe dir ich komme ja hier das gehört dir das ist der talon er wollte ich nicht töten läuft aber mit der kettensieger offen ich fühle ich noch ich fühle dich nicht töten und dann läuft er mir noch hinterher ich brauche kurz dann ein bisschen angraben ich ziehe mir jetzt die lederhosen an die lederhosen aus nein leute ich gucke kein fußball hier hier sind auto hier sind auto teile und es ist wieder bargeld ist es mal kein bargeld und ich habe ein pick up tor nie bekommen als ich die kasse aufgemacht habe wie du hast immer noch nicht abgerafft dass vor jedem scheiß item pick up steht weil pick up aufheben heißt ich bin zugetrunken von dem bier von nach der arbeit noch ist wieder ein zombie gepult oder was was macht ihr denn hier ralle und kalle verprügelt ich erschrecke mich doch nicht so ralle und ja und der zombie jetzt hinter kalle alter der erschreckt sich gut gemacht alter ist mit einem schon gerade das gelick gebrochen ja ohne witz kommt man seinen kopf an er hat einmal zugeschlagen jungen hatte seinen kopf hängt auf halb acht mal da kommt wieder einer rein ja wenn man hier kriecht so ja doch du hast ein baseballschirm oder das ist ja gemütlich ja das bestehe er kommt auf jeden fall gebrochen würde ich sagen hier guckt ihn euch an wie sein kopf noch wackelt so nehmen im mund baby ja brav hier guck mal leute sein kopf er hier wie sein kopf sich bewegt yo baby blass mir ein dödl ich finde es ja sehr lustig leute ohne witz sein kopf bewegt sich sogar ja sein kopf hat sich noch so bewegt als hätte er mir so einen geklaut ich bin der traktor kann spritte jetzt habe ich den kaputt dafür macht lichtern dann sehe ich wenigstens was deswegen habe ich jetzt diesen tisch kaputt das nicht möchte ich jetzt nicht alle ja licht angemacht und gleich haben wir der beste freund ja wie der chef koch hier alle dreihung brauchen ein jetzt hier wir hassen köche werden auf einmal auf einen wollen wenn man sich dann ganz gerne gegenseitig machen weil diese gruppen scheiße erscheinbar beschissener scheißweise nicht nicht scheiße ist wie ihr seht da ruhig die ganze zeit mit der axt durch in kalle rein auch wenn er tot ist aber weißt du einfach nur weil ich so so machen dass ich dachte er wäre schon tot und ich kann mich kurz rein in der näher von der Arlington war da unten bist du ja da können wir fast in der nacht hingehen hallo ich kann die sache nicht droppen oder was hier leute ich ziehe das machen weil das so super sexy mir steht hier das sehe ich aus wie so ein holzfäller das ist ganz cool mit einer holzfäller axt bin ich halt holzfäller lebt denn der alte holzmichel noch holzmichel noch ja er lebt noch ja er lebt noch lebt da jetzt sind einfach so viele farmen na ja auch noch farmen sind farmen wir nennen sie Bauern bei uns na was geht so bei euch ach so axt in schädel kriegen ja das ist mir auch schon mal passiert da musste meine mama mir ein pflaster drauf kleben das ist gar nicht so schlimm da muss ich nur dran gewöhnen 1 ja ein bisschen größeres pflaster ich gebe es dazu warum ich will die an machen willst du mich an machen was bist du schon perversen nähe aber hier ist ein perverser ich bin kein perverser ich stehe hier übrigens an einer anzeigen wie es an machen ich stehe hier eine ampel und da steht mit ein paar aus es wird mir ein zombie fetisch ist ja meine güte ich habe etwas für tote über ist das dann eigentlich noch niekrophil weil ich meine die leben ja wieder spannende fragen spannende fragen die die welt beschäftigen ja nichts möchte ich lieber wissen wie das ist dann ein fall für galileo ist ein scheiß kaffee ab da sind einfach mal zwölfzig zombies sind ja das ist ein fall für galileo mystery ich muss sich ungefähr auf dem journalistischen niveau auf jeden fall aber ich habe mich umgebracht und da liegen jetzt richtig viele ich bin ja meiner haut nicht daneben in meiner haut immer so langsam befinde ich mich denn hier mal wieder ich befinde mich direkt an der scheltenfarm ist es nicht schön mitten in der nacht am bauernhof irgendwie gibt es mir fehlen nur gerade noch die zombie nazi kühe so dieses hauspark gab und ich ganz lustig aber da gab es auch echt alles leute wenn ihr das spiel gespielt habt den letzten teil ohne witz da gab es nazi fötus der kampf mit einer hakenkreuz anbinde auf die welt und so sofort ich habe gestorben krank jetzt blutig wieder und jetzt bin ich gleich wieder tot toll kann ich erstmal schön meine hose zerreißen damit ich nicht absterne ich würde gern vorbeikommen das mal sehen darf ich ja was soll ich denn wie war das soll ich den elefanten vervollständigen ich baue auch ein elefanten machen wir das halt auch noch weg hier also ich baue ich kann heute abend hier gerne den elefanten bauen das schaffe ich schon selber das ist ja gut oh junge man hat doch die fresse spaß habt ihr gehört leute da klingeltes telefon weil hier so einer anruft alter und ich gar nicht mit dem reden will ich drücke den ganze weg hört ihr das hier hört hin ich drücke ihn weg oh hör mal auf der ist ja mega nervig der ton weil ich aber einfach hier so die person weg drücke und weil die gerade mir vorlauft die nerven geht boah ohne witz ich mir jetzt diese scheiß batterie raus ja leute ich habe jetzt die batterie rausgenommen das ist ja fast so professionell wie ich ja ne so nein ich habe jetzt die batterie rausgenommen weil es halt sehr nervig wenn die person immer anruft während der aufnahme oh nein das sehen doch nur kluge menschen wie gesagt die scheiße vorher einfach aus weißt ja und ich normalerweise nicht weil normalerweise mich keine person mehr anrufen weil ich auch kein leben habe und keine freunde habe aber dafür habe ich aber dafür sieben abonnenten und sogar abonnenten die sagen hey wollen wir nicht was zusammen spielen und ich gucke dann ja wo sieben ne zahl des teufels jetzt definieren sie neu ich sag jetzt einfach so die zahl des teufels ist einfach sieben weil es halt so ja auch verpackt öffnen ist offen jetzt und weiter wie verpackt immer ich habe das problem aus dem obersten slot also aus dem hand slot die beiden oberen reihen die aktualisieren sich nicht ok dann liegen noch sachen drin die ich halt gar nicht mehr habe aber ich kann ja auch nicht aufheben oder irgendwas ok das weiß ich nicht mehr gerade gestorben ich hab nur das gps ne bei den bandagen drin ich hab ja auch mal gefunden nein was ist das denn ey der läuft so ein spaß sie mit dem messer auf mich zu so wuchen du fick dich doch mit zwei schuss drin alter ey was für ein nuttensohn erbärmliche kack spaß die nutze ey steht vor mir mit dem messer in der hand so ich packe meine axt weg so ich bin mal nett zu dem und winke ihm in dem moment wo ich winke dreht er sein messer auf und sticht mir in den kopf ja so läuft das was ein perfektes problem ist er tötet gerne andere menschen ja ich hab auch echt eine ganze zeit da sie gespielt und da war das deutlich entspannter dann haben die leute wenigstens vorher noch irgendwie gesagt von wegen sei verpiss dich oder waren einfach normal zu dir natürlich gab es auch so ein paar die haben nicht mal über den haufen geballert ja aber insgesamt weiß nicht fand ich das bei der sie weniger stressig war ein lager voll ja ja so läuft das hier wir sind jetzt hier irgendwo in der scheltenfarm ist es dunkel ich sehe so gut wie nichts aber ich höre zogen ich bin vor der koma ok das so scheißen waren leute wie macht er gerade pharma party oder was ey ich mach gerade army party er macht army party tötet ein paar armys paar armys auf der arme armys das hast du jetzt nicht vorsicht kann spuren von erdnüssen enthalten ja willkommen in amerika ja 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 natürlich irgendwann laufen die amerikaner dann alle mit so einem torturfen penis rum penis vorsicht kann spuren von spermen enthalten die haben wir stellen die amys jetzt mal dumm da hau doch zu lappen das könnte passieren ja ficken ja hier da ist ein selbstgebautes haus und in diesem selbstgebauten haus da ist eine kiste in dem selbstgebauten haus wächst ein baum das ist natürlich sehr toll wenn du dann selbstgebaut hast wo bin ich denn hier vor allem leute guck mal dieses selbstgebaute haus ist eigentlich ganz cool man geht hier lang dann geht man in dem flur lang und plötzlich hat er im flur kein dach mehr über dem kopf also das ist sehr intelligent auf jeden fall aber das macht ja nichts leute ich hab mir gerade eine piste gefunden hab aber zwei schuss dafür das ist ja jetzt sehr viel ja und ich hab noch ein magazin gefunden wo vier schuss drin ist das machst du mal sechs das gibt schon mal beim revolver eine volle trompeten ja das problem ist es ist nichts für den revolver ja das ist dann wiederum schlecht guck mal Leute ich lauf und lauf und lauf nach seattle rein und kauf mir ein captain schwein ja leute was denkt ihr was geht hier so alles noch ab also ich bin auf jeden fall auf der raceway ich bin immer noch auf der schelten farbe mach aua nein na das ist kein zombie da kommt einfach ein fremder spieler von hinten und hoppen mit der achsen in den kopf was für ein hurensohn er ist alter hier pass auf leute ich zeige euch das jetzt ich renne einfach mitten in der nacht weg ich renne einfach in den wald weil er ist er kann mich nur er hat ohne witz leute ich glaube er ist er hat einfach ein problem mit anderen menschen verfolgt mich in der nacht noch weiter jetzt er sieht ja ich habe ich habe den anderen spieler einfach platt machen ja aber ich habe nur noch 12 prozent und ich glaube nicht dass ich den platt kriege nicht mit achsen nee ich habe den anderen spieler mit 3 prozent ja jetzt bin ich tot weil ich blutungsschaden hatte von dem von seiner axt und dieser hurensohn ich schwöre ihn alter würde ich ihn in echt finden alter kriegt er möchte einfach mal diese unhöflichen menschen ich krieche da lang leute ihr habt es ja gesehen was du alter brüchst hier rum was für ein hurensohn und regt sich dann darüber auf das andere ich krieche da lang leute das passt hier nicht so ganz zusammen ja doch leute ne ohne witz der ralle hat keine ahnung ich krieche da lang bin voll leise bin so hier so im splinter cell modus und der Typ kommt von hinten an äh geil äh töten kann ich jetzt mal meine farbe hören du splinter cell wie du immer in die zombopeta reinrennt wie so ein wahnsinniger nein das ist nicht das gegenteil von Sam Fischer nein ich bin da in keine zombiehorn rein gerannt ich bin wirklich geschlichen und dann habe ich so Sam Fischer Style gemacht und ja welches ist denn der schleichenknopf das ist der x knopf aha bist du dir da sicher ja ich drücke auch manchmal andrücken nipp auf der tastatur so 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 ja also ich drücke zum Beispiel na gut dann glaube ich dir das ausnahmsweise mal ich drücke auch den W knopf ganz so oft so errichte ne den mag ich nicht ja ne ich drücke immer nur immer nur S oh jetzt bin ich wieder ein Tachoma angekommen es wird bald endlich hell weil ich laufe auf einer Straße und ich sehe einen Zombie hier da Leute du bist richtig Straße Junge ja Leute jetzt machen wir hier Gastauftritt mit dem Rallo und noch ein Abonnenten Special Leute Alter was geht denn wir sind hier mit Abonnenten unterwegs und töten Zombies was kommt als nächstes wir gehen echt in eine Zombie Apokalypse irgendwelche Menschen ermorden wär doch mal was ich mein stellt euch das doch mal vor Leute so sieben Abonnenten plus ich mach 8 plus der Chance macht 9 ja plus der Ralle macht 10 10 Menschen gegen den Rest der Welt das wäre doch eine richtig geile App ah 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 die Überlebungsstück die Überlebungssongs ist 3% ja die schon hoch die Überlebende schon Hilfe wer schießt hier oben ich hab keinen Bock was er auf mich schießt also ich schließe mich dann einfach in den nächsten Supermarkt einfach nur ein und sag ja alle draußen bleiben ich will alleine essen ich schließe mich dann in so einem Kaufpark ein oder so und sag so ihr bleibt alle draußen ich hab hier Essen ich hab hier Computerspiele und alles ich richte es mir ganz gemütlich in der Zombie Apokalypse ein ein Vielen Dank.